Ja, neben mir Rico Rossi. Rico, normalerweise würden wir heute hier stehen und über Frankfurt zu reden. Jetzt reden wir über das Saison-Fazit mit zwei Tagen Abstand. Wie ist das jetzt für dich? Ja gut, die Entscheidung ist immer schwer, aber wir wissen, dass das gut ist für die Menschheit und das müssen wir machen und das verstehen wir alle. Aber trotzdem, das ist immer schmerzvoll, wenn man in einer Endphase nicht durchspielen kann. Wie haben die Jungs das denn aufgenommen, gerade mit zwei Siegen aus der Pre-Play-Off-Serie? Die waren heiß auf das Viertelfinale. Wie war denn dann die Stimmung in der Kabine? Ja, am Ersten ist jeder auf jeden Fall geschockt, weil wir uns wirklich viel Selbstvertrauen getankt haben über die letzte Zeit in diesen Pre-Play-Offs und wir waren schon heiß auf die nächsten Gegner. Ist es trotzdem schön, mit zwei Siegen die Saison zu beenden? Die Saison ist immer gut zu beenden mit Sieg, ja auf jeden Fall. Was steht Ihnen jetzt in den nächsten Tagen an? Ja gut, im Moment müssen wir unsere Saison zum Ende bringen, unsere Gespräche mit jedem Spieler führen, Marco und ich, und dann können wir anfangen zu planen für nächstes Jahr. Du sprichst ja auch von der DNA der Mannschaft. Hast du Wünsche für deine nächste Mannschaft? Es gibt viele Wünsche. Die Frage ist, kann man alle diese Wünsche erfüllen? Das werden wir sehen. Wie ist es? Die Verteidigung war ein bisschen anfällig. Das ist sicherlich eine deiner Ziele, die ein bisschen zu stärken wurde. Ja, ich würde sagen, nicht nur die Verteidiger, aber das allgemeine Konzept der Verteidigung müssen wir verbessern. Ein Sommerfahrplan kriegt sicherlich trotzdem die Spieler mit. Wie sieht sowas aus? Auf was muss man achten? Ja gut, wir werden sicherlich auf charakterstarke Spieler haben. Wir werden auf Spieler, die sind zielorientiert und will etwas oben erreichen. Und wir brauchen die richtige Mischung zwischen jung, alt, groß, klein, Offense, Defense. Und das Fitnessprogramm? Das Fitnessprogramm wird sicherlich durchgeführt in der Sommerzeit. Drei Spieler verlassen die Dresdner Eislöwen. Sebastian Zauner, Timo Walter und Dave Mitchell. Was kannst du zu den drei noch sagen? Ja gut, zum Zauni. Ich wünsche ihm viel Glück in Österreich. Ich weiß, dass das ein riesiges Ziel ist vom Zauni und das freut mich für ihn. Für Dale, der ist ein Spieler, der hat unheimlich viel Energie mit. Und ich habe eine sehr gute Situation mit ihm. Er ist ein guter junger Mann und ich wünsche ihm alles Gutes. Ich weiß, dass das eine Entscheidung mehr für seine Familie als für seine Karriere war. Und das respektiere ich viel, dass er seine Familie für seinen Job setzt. Und das freut mich für ihn und seine Familie. Und mit Timo, das ist ein junger Spieler, der sich mitgearbeitet hat, seitdem er 15 Jahre alt war, in dem Jungadler-Programm. Und das freut mich wirklich viel für die und ich wünsche ihm viel Glück. Wie sehen denn deine Tage aus? Bist du noch in Dresden? Fliegst du zurück in deine Heimat? Wie ist es? Nein, ich bin hier noch. Ich werde immer noch viel Arbeit mit Marco und Mike machen. Dann vielen Dank. Möchtest du vielleicht den Fans noch etwas sagen? Ja, ich würde mich ganz ehrlich bedanken für mein erstes Jahr hier in Dresden. Ich sehe viel Potenzial hier. Die Fans sind super und die Sponsoren. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, eine gute Mannschaft für euch zu bauen. Vielen Dank und toi 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 und kommen gut in den Sommer. Dankeschön. Dankeschön.